Maria Beatrix, Deste, Prinzessin von Modena, war als Gemahlin von Jakob II., 7. seit 1685 Königin von England, Schottland und Irland. Nach dem Sturz ihres Gattens durch dessen Schwiegersohn Wilhelm von Oranien floh sie Ende 1688 zu König Ludwig XIV., nach Frankreich, wo sie nach fast 30-jährigem Exil starb. Abstammung und Jugend Maria Beatrix, deren vollständiger Taufname Maria Beatrice Anna Margherita Isabella Deste lautete, war die einzige Tochter von Alfonso IV., Deste, Herzog von Modena und seiner Gemahlin Laura Martin Otzi, einer der Nichten des Kardinals Mazzarin. Alfonso IV. starb bereits im Juli 1662, worauf in dessen Witwe als Regentin für ihren erst zweijährigen Sohn Francesco fungierte. Der somit etwas jünger als seine Schwester Maria Beatrix war. Letztere erhielt auf Anweisung ihrer Mutter eine strenge, katholisch-religiös geprägte Erziehung durch Nonnen eines lokalen Karmeliterklosters und wollte eine geistliche Laufbahn einschlagen. Sie sprach fließend Italienisch sowie Französisch und beherrschte auch Latein. Heirat. Der Wunsch von Maria Beatrix, Nonne zu werden, erfüllte sich nicht. Bereits 1670 wurde sie durch ihren Großonkel, Kardinal Rinaldo Deste, nach dem Tod von Henrietta Anne Stuart, deren Witwe, dem Herzog Philipp von Orleans als neue Gemahlin vorgeschlagen. Kam es auch nicht dazu, so wurde sie dafür 1672 als Braut des Herzogs von York und nachmaligen englischen Königs Jakob II ausersehen. Jakob war 1669 zum Katholizismus übergetreten und suchte nach dem Ende März 1671 erfolgten Ableben seiner ersten Gemahlin Anne Heid eine Frau seines neuen Glaubens. Er war nämlich, da sein älterer Bruder, König Karl II., keinen legitimen Nachwuchs hatte und von Katharina von Braganza auch kaum mehr bekommen würde. Der nächste Thronanwärter und hatte an überlebenden Kindern aus seiner ersten Ehe zwar zwei Töchter, Maria und Anne, aber keinen Sohn. Einen solchen hoffte er von einer zweiten Gattin zu erhalten, womit eine männliche Sukzession gesichert wäre. Nachdem die Erzherzogin Claudia Felicitas und andere in Betracht gezogene hochartige Damen als Eheaspirantinnen ausgeschieden waren, präferierte Jakobs Brautwerber, Lord Peterborough, Maria Beatrix als künftige Gemahlin des Herzogs von York. Die auserkorene Braut lehnte ihre Verheiratung jedoch zunächst energisch ab, wollte sie doch lieber ein Klosterleben führen als in einem protestantischen Land leben. Modenas Regentin Laura unterstützte den Entschluss ihrer Tochter oder wollte diese vielleicht lieber mit dem elfjährigen spanischen König Karl II. Vermählen. So bot sie stattdessen ihre Schwiegerin Eleonora d'Este als Braut für Jakob an. Diesen Vorschlag wies Peterborough zurück und begab sich, um im Namen Jakobs um Maria Beatrix Hand zu werben, im Juli 1673 nach Modena. Auch der französische König Ludwig XIV. suchte die Realisierung dieses Eheprojekt zu fördern, indem er eine Mitgift von 400.000 Kronen in Aussicht stellte und den Marquise de Denscho zur Unterstützung Peter Burroughs entsandte. Dem französischen Druck gab die Regentin Modena schließlich nach. Doch musste erst Papst Clemens X. um die notwendige Dispense ersucht werden und um auch Maria Beatrix zur Einwilligung in ihre Verheiratung zu bewegen, bedurfte es eines päpstlichen Schreibens mit der Mahnung, dass sie durch ihre Ehe mit Jakob den Katholiken in Großbritannien helfen und mithin mehr für ihre Konfession erreichen könne, als wenn sie Nonne würde, obwohl Clemens X. dann die Erteilung der Dispense verschob, bis Maria Beatrix öffentliche Ausübung ihrer Religion in England sichergestellt sei, wurde die Ferntrauung am 20. September Jul, 30. September 1673 Gretsch im herzoglichen Palast zu Modena vollzogen. Die Stelle des abwesenden Bräutigams nahm dabei Lord Peter Burroughs ein. Anschließend brach Maria Beatrix mit ihrer Mutter und beträchtlichem Gefolge zu den britischen Inseln auf. Zwischenstation machte sie mit ihren Begleitern unter anderem in Lyon und Paris, wo der französische König sie glanzvoll aufnehmen ließ. In Versailles musste sich die junge Braut von einer Unpässlichkeit erholen. Die Bevölkerung des anglikanischen Englands, wo Jakobs zweite Heirat erst Ende September 1673 allgemein bekannt wurde, betrachtete jedoch diese Eheverbindung des Herzogs von York mit einer Katholikin äußerst reserviert. Im Unterhaus wurde gefordert, die Einschiffung der Prinzessin zu verhindern, doch König Karl II. lehnte dieses Ansinnen ab. Von Kalle aus konnte also die Braut nach Dover übersetzen, wo sie nach ihrer Landung am 21. November 1673 von ihrem Gatten begrüßt wurde und wo noch am selben Abend nach der öffentlichen Verlesung des Ehevertrags durch Bischof Nathaniel Crewe von Oxford die eigentliche Vermählung stattfand. Die hochgewachsene, schwarzhaarige und dunkeläugige Maria Beatrix, die einen hellen Tang hatte und damals erst 15 Jahre zählte, wurde von ihrem bereits 40 Jahre alten Mann verehrt und entwickelte ihrerseits trotz ihrer anfänglichen Ablehnung der Ehe allmählich ebenfalls eine große Zuneigung zu Jakob. König Karl II., der den frisch Vermählten bis Greenwich entgegengereist war, verstand sich von Anfang an mit seiner Schwägerin ausgezeichnet. Herzogin von York Die durch ihre Heirat zur Herzogin von York aufgestiegene Maria Beatrix zog mit ihrem Gemahl bald nach ihrem Eintreffen in London in den St. James S. Palace, das bei ihrem Empfang in Whitehall einige Gattinnen von Pierce gegen das Angebot des Königs protestiert hatten. Dabei auch ihrer Mutter einen Sitz anweisen zu lassen, ärgerte diese sehr, so beschloss die Herzogin-Witwe Laura, nicht lange in London zu verweilen. Sie beschwerte sich auch, dass ihrer Tochter Maria Beatrix nur ein privater Andachtsraum in deren eigenen Gemächern, aber keine öffentliche katholische Kapelle zur Verfügung stand, obwohl ihr dies im Ehevertrag zugesichert worden war. Die Betroffene selbst erhob aber wegen dieser Verletzung des Ehekontrakts keine Klagen. Nach der Anfang 1674 erfolgten Abreise von ihrer Mutter und deren Gefolge nach Italien verblieben nur weniger aus ihrer Heimat nach England. Mitgereiste Personen, unter anderem zwei Hofdamen und drei Priester im Haushalt von Maria Beatrix. Die englischen Bediensteten der Herzogin von York wählte hingegen ihr Gatte aus. Die Gräfin von Peterborough, Gattin von Jakobs Brautwerber, avancierte zur Vorsteherin des Haushalts der Herzogin. Anfangs fühlte sich Maria Beatrix in England eher unglücklich und verstand auch nur wenig Englisch. Sie suchte sich aber diese Sprache rasch anzueignen und empfand, wie erwähnt, eine allmählich stets wachsende Liebe zu Jakob, der ihr ferner durch seine Festigkeit im katholischen Glauben große Freude bereitete. Sie hatte auch ein gutes Verhältnis zu ihren nur wenige Jahre jüngeren Stiefdöchtern Maria und Anne. 1675 bewilligte ihr der König eine jährliche Geldsumme von 5000 Pfund. Nachkommen Zwar bekam Maria Beatrix von Jakob im Laufe von knapp zwei Jahrzehnten zahlreichen Nachwuchs, doch erlitt sie mehrere Fehlgeburten. Während andere ihrer Kinder sehr früh starben, nur ihre letzten beiden Kinder erreichten das Erwachsenenalter, Kind, Fehlgeburt. Kathrine Laura, Kind, Fehlgeburt, Kind, Fehlgeburt, Isabella, Charles Herzog von Cambridge, Elisabeth, Kind, Fehlgeburt, Charlotte Maria, Kind, Fehlgeburt, Kind, Fehlgeburt, James Francis Edward, genannt The Old Pretender, Luisa Maria, antikatholische Stimmung, Poppischplot, Exil und Rückkehr. In England herrschte zu der Zeit, als Maria Beatrix den Herzog von York heiratete, in Volk, Parlament und anglikanischer Kirche eine antikatholische Stimmung vor. Radikale Protestanten betrachteten Jakobs Frau als Agentin des Papstes. Maria Beatrix hielt sich indessen zunächst von der Politik fern. Der König war verärgert, als Maria Beatrix ihre erste schon im Oktober 1675 verstorbene Tochter Kathrine Laura heimlich von ihrem Jesuiten Kaplan Antonio Galli taufen. Lies, so musste das Kind auch einer anglikanischen Taufe unterzogen werden. Eine weitere Tochter Isabella, gebar die Herzogin im August 1676. Dann verstärkte sich die katholikenfeindliche Haltung im Land noch durch die im November 1677 erfolgte Geburt von Maria Beatrix I. Nach dem englischen König auf den Namen Charles getauftem Sohn, weil nun die Aussicht auf zwei Generationen katholischer Monarchen bestand. So wurde der Umstand, dass Charles im Alter von nur fünf Wochen an den Pocken verstarb, von der Bevölkerung mit Erleichterung aufgenommen. In der ersten Oktoberhälfte 1678 hielt sich Maria Beatrix mit ihrer Stieftochter Anne am Hof in Den Haag auf, um ihre andere, mittlerweile mit Wilhelm von Oranien verheiratete Stieftochter Maria zu treffen. Sie bat den niederländischen Stadthalter um Hilfe für Modena, das damals einen militärischen Konflikt mit Mantua ausforcht. Inzwischen begannen sich in England die antikatholischen Tendenzen weiter zu steigern. Als der geistliche Titus Otz mit seiner von ihm frei erfundenen Behauptung einer Papistenverschwörung auf weit verbreiteten Glauben stieß, laut Otz sollte diese angebliche katholische Verschwörung die Ermordung König Karls II. und Auslöschung des englischen Protestantismus zum Ziel haben, das seinen haltlosen Anschuldigungen geglaubt wurde, lag neben anderen Ursachen auch in der am 29. September 1678 erfolgten Entdeckung des Briefverkehrs von Maria Beatrix einstigem, Ende 1676 wegen militärischen Geheimnisverrats entlassenem Sekretär Edward Coleman mit Jesuiten begründet, worin der Sturz des anglikanischen Glaubens mit französischer Unterstützung erörtert wurde. Zwar wurde der am 16. Oktober 1678 nach England zurückgekehrten Maria Beatrix unterstellt, dass sie und ihr Gatte trotz der fast zwei Jahren zuvor erfolgten Entlassung Colmans über dessen Aktivitäten Bescheid gewusst hätten. Doch konnte ihr im Wesentlichen nur nachgewiesen werden, dass sie ihren in England in Ungnade gefallenen und deshalb im November 1675 nach Frankreich geflohenen Beichtvater Pierre de Saint-Germain 1676 gebeten hatte, sich bei Ludwig XIV. dafür ereinzusetzen, dass dieser ihrem Onkel Rinaldo Deste beim Aufstieg zum Kardinal behilflich wäre. Auch befand sich die Herzogin zum Zeitpunkt des mysteriösen Mordes an Friedensrichter Sir Edmund Barry Godfrey, der Oates Aussagen aufgenommen hatte, in Holland und konnte mithin nicht direkt darin verwickelt sein. In der Folge wurde sie kaum der Komplizenschaft der von Oates postulierten Verschwörung verdächtigt. Es kam aber aufgrund der durch den angeblichen Poppisch-Plot ausgelösten Hysterie zu Katholikenverfolgungen. Der englische König schickte Maria Beatrix und ihren Gemahl Anfang März 1679 zu deren Sicherheit nach Holland. Sie sollten einstweilen am Hof Wilhelms von Oranien leben. Doch das Ehepaar begab sich noch im selben Monat nach Brüssel, der Hauptstadt der spanischen Niederlande, wo es im Hotel de Bassaini, dem Haus des Fürsten von Ligné, residierte. Im folgenden Juli erhielt Maria Beatrix von ihrer nun in Rom lebenden Mutter Besuch. Im August 1679 kam dann ihre Stieftochter Anne zu ihr nach Brüssel. Trotz brieflicher Aufforderung seitens englischer Vertrauter, sich wieder zur anglikanischen Konfession zu bekehren, weigerte sich Jakob unterdessen vehement einen solchen Schritt zu unternehmen und wurde in dieser Haltung von seiner Frau bestärkt. Auf die Nachricht von der ernsten Erkrankung Karls II. kehrte Jakob mit seiner Gattin und seiner Tochter Anne im Oktober 1679 rasch nach London zurück, da er fürchtete, dass im Fall des Ablebens des Königs dessen illegitimer Sohn James Scott I. Duke of Monmouth auf den Thron erhoben werden könnte, Karl II. erholte sich wieder und schickte seinen Bruder und dessen Gemahlin im November 1679 nach Schottland, während Jakobs Töchter Anne und die erst dreijährige Isabella auf Befehl des Königs in London blieben. Da in Schottland an der linearen Erbfolge ungeachtet der Glaubensrichtung des Thronfolgers festgehalten wurde, fand das Herzogspar in Edinburgh freudige Aufnahme und residierte im Holyrood Palace. Durch dessen Präsenz erhoffte sich der schottische Handel eine Stimulierung. Im Februar 1680 konnte Maria Beatrix mit ihrem Gatten wieder vorübergehend nach England kommen. Sie litt aber anscheinend nach ihrer Rückkehr in Schwermut. Die Gerüchteweise auf die Lieso ihres Gatten mit seiner langjährigen Maitresse Katharine Sedli zurückgehen sollte. Ein weiterer Besuch ihrer in England unbeliebten Mutter färbte auch auf sie selbst negativ ab. Im Oktober 1680 musste Maria Beatrix sich mit Jakob erneut nach Schottland begeben, wo das Paar in Edinburgh hof hielt. Dann betrübte die Herzogin der am 2. März 1681 zu London erfolgte Tod ihrer erst vierjährigen Tochter Isabella zutiefst. Eine im Dezember 1681 aufgrund eines Reitunfalls zugezogene Rückenverletzung hinderte sie jahrelang, weiterhin dem Reitsport nachzugehen. Immerhin scheiterten 1681 aber auch endgültig die Versuche, Jakob durch die Exklusion Bill von der Thronfolge auszuschließen. In diesem Jahr wurde der fiktive Charakter des Popischplott erkannt. Und der Antipapismus legte sich in England etwas König Karl II. Er reichte, dass das Herzogspar von York am 6. Juni 1682 ehrenvoll nach London zurückkehren konnte. Am 6. Oktober 1682 verstarb ein weiteres Kind der Herzogin Charlotte Maria im Alter von nur eineinhalb Monaten. Und in den beiden folgenden Jahren erlitt Maria Beatrix wieder zwei Fehlgeburten. So dass bei ihr und ihrem Ehemann die Hoffnung auf überlebende Kinder schwand, wenigstens nahm die politische Opposition gegen Jakob deutlich ab. Gemeinsam mit Katharina von Braganza gelang es Maria Beatrix, König Karl II., kurz vor dessen am 6. Februar 1685 erfolgten Tod zum Übertritt zum katholischen Glauben zu überreden. Königin, Krönung, bedingte politische Einflussnahme nach dem Tod Karl II., kam dessen Bruder als Jakob II. An die Regierung und Maria Beatrix wurde an der Seite ihres Mannes Königin von England, Schottland und Irland sowie unter anderem der nordamerikanischen Kolonien. Nach einer privaten katholischen Krönungsfeier, die für das Königspaar in dessen eigenen Räumlichkeiten abgehalten wurde, Er folgte am Georgstag 1685 die offizielle Krönungszeremonie nach anglikanischem Ritus in der Westminster Abbey. Anlässlich dieser Feierlichkeit trug Maria Beatrix, mit der erstmals seit 1603 wieder eine englische Königin gekrönt wurde, ein weiß-silbernes, edelsteinbesetztes Brokatkleid mit einer sechs Meter langen Schleppe aus Purpursand. Laut dem bei der Zeremonie anwesenden Dekan von Peterborough betrug sich die Königin sehr würdivoll und andächtig, während ihr Gatte eher teilnahmslos gewesen sei. Maria Beatrix erhielt nach Beendigung der Feierlichkeit von den vor der Kirche wartenden Personen Beifall. Die Königin blieb gesundheitlich angeschlagen, wie etwa der toskanische Gesandte Theresie berichtete. Die Ärzte befürchteten, dass ihr ein baldiges Ableben bevorstünde, und schon wurden neue Heiratspläne für Jakob II gewälzt. Das Unwohlsein von Maria Beatrix wurde vielerorts der nach wie vor bestehenden Jesu ihres Gemahls mit Katharine Sedli zugeschrieben. Der Jesuitenpater Edward Peter und andere erreichten aber, dass der König seine Liebesbeziehung zu Sedli beendete. Die Anfang 1686 ins Exil nach Irland geschickt wurde, aber bald zurückkehren durfte. Immerhin erhielt Maria Beatrix von Jakob II die Zusage, dass er die Beziehung zu seiner früheren Maitresse nicht erneuern werde. Die Königin soll auch im September 1685 über die Gunst beweise, die ihr Gemahl seinen beiden illegitimen Söhnen von Arabella Churchill erwies. Verärgert gewesen sein, bis zum Frühjahr 1686 verbesserte sich ihr Gesundheitszustand deutlich. Der Haushalt von Maria Beatrix wurde nach dem Vorbild jenes ihrer Vorgängerin Katharina von Braganza gestaltet und auch seine Kosten waren annähernd. Gleich hoch. Das jährliche Einkommen der Königin aus ihren Ländereien und anderen Quellen belief sich zunächst auf 40.000 Pfund und wurde, da es nicht ganz hinreichte, im Dezember 1686 um 10.000 Pfund erhöht. Der Tod ihrer Großmutter mütterlicherseits, Laura Margherita Mazzarini, brachte ihr auch einige Besitztümer in Italien ein. Bis 1687 wurden für sie im Auftrag des Königs mehrere Prunkgemächer im Whitehall-Palast fertiggestellt. Der politische Einfluss der Königin wurde von ihren Zeitgenossen wohl überschätzt. So scheiterte der Versuch des Herzogs von Monmouth, der nach dem Tod seines königlichen Vaters galt der Zweite. Im Juni 1685 erfolglos als Prätendent gegen Jakob II aufgetreten war, sein Kopf durch den Einfluss von Maria Beatrix zu retten. Diese war dann sehr daran interessiert, dass der im Februar 1686 nach Rom abgereiste vatikanische Botschafter Jakobs II, Roger Palmer I. Earl of Castle Main, sich erneut bei Papst Innozenz XI. Dafür einsetzte ihrem Onkel Rinaldo Deste den Kardinalschad zu gewähren, welcher bitte schließlich am 2. September 1686 entsprochen wurde. Im Juli 1687 verschied Maria Beatrix Mutter in Rom. Dem englischen Hof wurde eine offizielle halbjährige Trauerzeit für die Verstorbene verordnet, die ihrer Tochter beträchtliches Barvermögen und Schmuck hinterlassen hatte. Mit Sorge Samaria Beatrix, dass ihr Gemahl ohne politisches Gespür ein katholisches absolutistisches System durchzusetzen versuchte. Dazu besetzte er einflussreiche administrative und militärische Ämter mit Katholiken und näherte sich außenpolitisch immer mehr Frankreich. Sah sich aber mit wachsendem Widerstand der politisch und sozial maßgeblichen Kreise konfrontiert. Er erachtete nicht einmal auf die zu einem behutsameren Vorgehen mahnenden Ratschläge aus Rom. Vergeblich versuchte die Königin in Richtung eines versöhnlichen Ausgleichs zwischen ihrem Gatten und den englischen Protestanten zu wirken entgegen. Ihrem Rat nahm Jakob II. im November 1687 den Jesuiten Edward Peter in den engsten Regierungsrat auf. Die Königin hasste Peter zunehmend, da sie seinen Einfluss für das anglikanerfeindliche Auftreten Jakobs II. Hauptverantwortlich machte und in ihm laut Theresie ein Instrument sah, das den König in den Ruin trieb. Trotz ihrer auf eine Mäßigung der Politik ihres Gemahls abzielenden Haltung schrieben ihr viele Engländer politische Missgriffe des Königs zu und fürchteten, dass sie auch auf Antrieb ihrer Vertrauten zugunsten der Katholiken intervenieren werde. Ihre Stieftochter, Prinzessin Anne, glaubte, dass die Königin trotz deren gegenteiligen Beteuerungen für Schmeicheleien empfänglich sei und sich so beeinflussen lasse. Mehrere Höflinge nutzten diese Schwäche der Monarchin, um sich deren Gunst zu sichern. George Douglas I. Earl of Damparton verdankte seine im Juli 1687 erfolgte Ernennung zum königlichen Kammerherrn, teilweise Maria Beatrix Unterstützung. Geburt des präsumtiven Thronfolgers Nachdem die Königin so viele Kinder verloren hatte, wünschte sie sich nun sehnlichst, noch einen Sohn zu gebären, der dann Thronfolger wäre. Sie suchte deshalb auf Anraten ihrer Ärzte im August 1687 die Heilquellen von Beth auf. Während ihres dortigen Aufenthalts im Crossbeth durften Männer dieses Bad nicht besuchen. Doch konnte sie mit ihren Begleiterinnen beim Baden beobachtet werden. Täglich reiste sie mit ihrer Dienerschaft aufs Land und sie hielt auch öffentliche Audienzen ab. Ihr Gatte begab sich derweilen im September 1687 zur in Holywell in Wales gelegenen Wundertätigen Quelle der heiligen Winifred, um dort für die Geburt männlichen Nachwuchses zu beten. Tatsächlich wurde Maria Beatrix zu ihrer Freude, aber zum Leidwesen ihrer Stieftochter Anne und der Protestanten, bald darauf schwanger. Was am 23. Dezember 1687 offiziell bestätigt wurde, im Januar 1688 fanden deshalb Dankfeste statt. Zur Verschärfung der innenpolitischen Situation kam hinzu, dass Jakob II. unter anderem fortfuhr, Katholiken in hohe Ämter zu hieven und bis Anfang 1688 alle von Karl II. übernommene Tori-Minister entlassen hatte. Maria Beatrix brachte am 10. Juni 1688 in Anwesenheit zahlreicher Personen, darunter die Königin Witwe Katharina von Braganscha, mit James Francis Edward einen lebensfähigen Sohn zur Welt. Gemäß damaligem Brauch lebte die Königin dann eine Weile abgeschieden und erschien erstmals am folgenden 9. Juli wieder in der Öffentlichkeit. Hatten die Anglikaner bisher noch hoffen können, dass England nach dem Tode Jakobs II. einen protestantischen König erhalten werde, so schien nun die Erbfolge der katholischen Sturz gewiss. Trotz gegenteiliger Zeugenaussagen verbreitete sich sofort quer durch England das Gerücht, dass der Thronfolger nicht echt, sondern ein von Jesuiten der Mutter untergeschobenes Kind sei, was auch die Stieftochter der Königin und Prinzessin von Oranien, Maria. Auf ein Antwortschreiben ihrer Schwester Anne hinglaubte, Flucht. Die Furcht der Anglikaner vor einer langen Herrschaft katholischer englischer Könige veranlasste den Bischof von London, Henry Compton, und sechs andere führende englische Protestanten. Ende Juni 1688 Jakobs galvinistischen Schwiegersohn Wilhelm von Oranien um eine militärische Intervention zu ersuchen. In der Folge bediente sich Wilhelm unter anderem propagandistisch der Zweifel, dass der kleine Prinz auf Wales der Sohn Jakobs II. war. Er landete am 5. November mit seinem Expeditionschor in Torbay, womit die Glorius-Revolution begann. Maria Beatrix, die den Papst um Hilfe bat, hatte Angst. Dass die Protestanten sich ihres kleinen Sohnes bemächtigen wollten, so brachte sie ihn vorübergehend nach Portsmouth in Sicherheit. Ihrem Garten gestattete sie, ihr ganzes Privatvermögen zum Krieg gegen seinen Widersacher zu verwenden. Der König zögerte aber zunächst und begab sich erst am 17. November 1688 von London zu seiner Hauptarmee nach Salisbury. Während seine von den Resten des Geheimen Rates unterstützte Gemahlin als Regentin in London blieb, Jakob II. stellte fest, dass viele bisherige Freunde und manche Offiziere zu Wilhelm übergelaufen waren. Weg einer kriegerischen Konfrontation aus und zog sich nach London zurück, wo es schon zu Übergriffen gegen Katholiken kam. Auch Jakobs Tochter Anne und deren Ehemann, Georg von Dänema, hatten inzwischen die Seiten gewechselt. Nach einem letzten gemeinsamen Abend Hessen im Whitehall-Palast verließ Maria Beatrix auf Wunsch ihres Garten als Wäscherin verkleidet mit ihrem kleinen Sohn am frühen Morgen des 10. Dezember die englische Hauptstadt und gelangte Pellkutsche zur Küste, wo sich ihr einige Diener und Freunde anschlossen, mit ihren wenigen Begleitern segelte am nächsten Tag, dem 11. Dezember Jul. 21. Dezember 1688 Gregg. Nahe Greifsend an Bord einer kleinen Yacht ab und landete nach einer etwa sechsstündigen, bei starkem Wind erfolgten Seefahrt in Calais. Hier wohnte sie zuerst einer im Kapuzinerkloster abgehaltenen Messe bei, wurde vom Gouverneur, dem die UCD Charost, großartig empfangen und bat Ludwig Xiv. Brieflich um Aufnahme sowie auch um Schutz für ihren Sohn. Der französische König, der für sie schon immer eine Vorliebe gehabt hatte, verhielt sich ihr gegenüber sehr freundlich und sandte ihr finanzielle Mittel und schöne Kleider. Als ihr Gemahl nicht wie von Maria Beatrix erwartet, bald in Calais eintraf, reiste sie nach Boulogne weiter und erfuhr hier vom Gouverneur, dem die UC Daumont, eine gastfreundliche Aufwartung. Sie war aber über das weitere Ausbleiben ihres Gatten verzweifelt, er suchte ihn brieflich, zu ihr zu stoßen und beabsichtigte, als sie von seiner, dann aber nur sehr kurz dauernden, Gefangensetzung Kenntnis erhielt, zu ihm nach England zurückzukehren. Wovon sie aber ihr Fluchtbegleiter laut und auf Anweisung Ludwigs XIV unter allen Umständen abbringen sollte. Zuerst sollte die enthunte Königin in Bessin empfangen werden. Doch wurde dann Saint-Germain-en-Laye als ihr künftiger Aufenthaltsort ausgewählt. Sie erfuhr in Beaumont von der Landung ihres Gatten in Embeltöse und wurde dann von Ludwig XIV am 27. Dezember 1688 Jul, 6. Januar 1689 Greg, persönlich in Chateau begrüßt sowie im Schloss Saint-Germain-en-Laye einquartiert, wo am folgenden Tag auch Jakob II eintraf.